Gut, bist du bereit für deinen ersten ETF? Sehr gut, ich nämlich auch. Und zwar möchte ich dir gleich zu Beginn eine ganz, ganz wichtige Seite vorstellen und zwar justetf.com. Eine unglaublich gute Seite, die nicht nur mir sehr geholfen hat, sondern die auch dir zukünftig sehr helfen wird in Form von Infos. Es gibt eine eigene Akademie dort, um das ganze Thema noch einmal zu lernen und zu festigen. Es gibt ein unglaublich gutes Vergleichsportal. Du siehst Vergleichsportfolios, klick dich durch diese Seite einfach durch. Du wirst ein bisschen erschlagen von Informationen, aber sehr gut aufbereitet, sehr, sehr gut gemacht. Ich möchte dir, damit du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, auch eine Schritt für Schritt Anleitung an die Hand geben, damit du sicher durch diese unglaublich vielen Kennzahlen, die es leider Gottes auch gibt, durchkommst und richtig an dein Ziel ankommst. Dafür möchte ich auch gleich mit Schritt 1 beginnen und das ist das Wissen festigen. Ich habe dir jetzt schon sehr viele Informationen mitgegeben und ich habe dich schon durch einige Bäume durchgeführt. Ich möchte aber trotzdem, dass du dein Wissen festigst, damit du deinen Keller wirklich noch ein bisschen mehr ausbaut. Es braucht ein bisschen mehr Informationen als nur von mir. Es braucht auch Informationen von anderen Leuten, wie zum Beispiel JustETF. Deshalb Schritt 1, lies dich durch die JustETF Academy vor allem das erste Kapitel durch. Du kannst dir natürlich auch als weitere Quellen das Buch von Gerd Kommer zulegen. Das habe ich, glaube ich, auch schon einmal erwähnt. Ich blende es noch einmal gerne ein. Gerd Kommer, souverän investieren in EDF. Auch das ist eine sehr, sehr gute Wissensquelle für dich. Also Schritt 1, festige noch ein bisschen mehr Wissen und schau dir auch andere Quellen an, abseits von mir. Zweiter wichtiger Schritt, geh bitte nicht gleich all in und fang mit kleinen Schritten an. Es ist nicht notwendig, auch wenn du jetzt motiviert bist, gleich all in zu gehen. Nimm dir die ersten paar Monate einfach einen kleinen Sparbetrag von 50 Euro her und schau dir das Ganze einmal an, dass du ein Feeling dafür bekommst, wie es ist, in einen EDF zu investieren. Und du wirst nach 3 Monaten merken, es wird das Geld am Bausparer landen, nur dass es ein bisschen cooler ist. Nein, hol dir ein bisschen ein Feeling, fang aber mit kleinen Schritten an. Nimm dir, wie gesagt, 50 Euro die nächsten 3 Monate und schau dir das Ganze einmal an. Nicht gleich von Anfang an all in, auch wenn du motiviert bist. Schritt Nummer 3, wähle die entsprechende Asset-Klasse. Geht das auch auf Deutsch, Herr Stangl? Ja, geht natürlich sehr gern. Wähle aus, wohin der EDF investieren soll. In Unternehmen, also Aktien, in Anleihen oder Rohstoffe. Bei Rohstoffe ist zum Beispiel Öl oder Gold. Wobei ich dir sehr empfehle, und das entspricht jetzt wieder keiner finanziellen Beratung, ich muss es ja immer wieder dazu sagen, wir sind eine junge Generation, es ist ein langfristiges Investment, orientier dich wie Family Offices und wie der norwegische Staatsfonds an Unternehmen, also den ersten. Auch dafür kann ich dir wieder auf JustETF den Strategieplan empfehlen. Da kannst du dich ein bisschen durchklicken, da siehst du, wie eine Aufteilung ganz gut passen würde. Schritt Nummer 4, wähle einen Index aus. Auch da habe ich dir jetzt einen Link drunter gestellt, damit du siehst, welche Indizes es nochmal auf der Welt gibt. Such dir ein paar davon aus, die dir sympathisch sind. Auch hier ist es wieder gut zu streuen. Damit kommen wir auch schon zu Punkt 5. Such dir vielleicht am Anfang einen Index, der die ganze Welt abdeckt, um nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Der erste Index könnte vielleicht sein MSCI World, der die größten 1600 Firmen beinhaltet. Dann wäre es natürlich auch klug, einen in Amerika zu wählen. Der war die letzten paar Jahre durchaus erfolgreich. Aber natürlich ist es auch klug, einen hier in Europa zu wählen oder in den Schwellenländern. Aber das sind so die großen vier Punkte. Die Welt, Amerika, wir haben Europa oder auch die Schwellenländer. Und dann geht es immer noch spezifischer nach unten, wenn du einen Bereich hast, den du sehr gut kennst. Und den du nicht auskennst, gibt es sicher auch dafür einen ETF. Aber umso spezifischer, umso riskanter ist es. Also setz nicht alles auf ein Pferd, sondern streu ein bisschen dein Risiko. Schritt Nummer 6, achte auf folgende Voreigenschaften. Den Index haben wir bereits ausgewählt. Da gibt es ein paar Router wie die Welt, Amerika, Europa und so weiter. Das Problem ist, oder eher gesagt die Herausforderung ist jetzt, dass es zu jedem Index unterschiedliche viele Voranbieter gibt und unterschiedlich viele Möglichkeiten, diesen ETF zu besparen. Und genau hier stehen wir direkt vor dem Wald. Und 100.000 Bäume sind vor dir. Damit du jetzt die richtigen Voreigenschaften kennst, habe ich dir ein paar Merkmale mitgenommen, die die wichtigsten sind. Dafür, auf JustETF gibt es wieder die ETF-Suche und du kannst links in der Spalte die Merkmale auswählen. Und zwar folgende sind wichtig. Als erster muss der ETF sparplanfähig sein. Das heißt, dass du monatlich auch wirklich automatisiert in diesen ETF einsparen kannst. Wenn der nicht sparplanfähig ist, dann geht der nur für einmal Zahlungen. Und das wäre auf Dauer, wenn du immer wieder einmal einzahlst, zu teuer, weil die Kosten zu hoch werden im Gegensatz zu automatisierten, sparplanfähigen ETFs. Das zweite ist Alter und die Fondsgröße. Umso größer, umso besser. Das geht aufs Alter, aber auch auf die Fondsgröße. Und da siehst du einerseits, links kannst du auswählen das Alter und du siehst dann in der Rappelle, wie groß der Fonds ist. Dann gibt es noch die Ausschüttungsart, die auch sehr wichtig ist. Und die sollte thesaurierend sein. Was heißt das? Wenn der Fonds jetzt Gewinne ausschüttet, in Form von Dividenden zum Beispiel, dann werden diese Gewinne, die du erwirtschaftest, gleich wieder reinvestiert. Und das ist ganz, ganz wichtig für den Zinses-Zinseffekt auf Dauer, wenn du dich noch einmal erinnern kannst. Und die letzte wichtige Eigenschaft, die der Fonds haben sollte, ist die Replikationsart. Die sollte vollständig sein. Da gibt es dann noch Sampling und Swap-basierend. Das heißt vollständig, dass der ETF auch wirklich die Anteile kauft, die du investiert hast. Wenn du zum Beispiel 100 Euro jetzt in den ETF des ATX investierst, der dem ATX folgt, dann werden auch wirklich diese 100 Euro in diese 20 größten Firmen wirklich Aktienpakete für dich gekauft. Irgendwann wird der ETF aber so groß, wie der MSCI World zum Beispiel mit 1.600 Firmen weltweit, dass du 50 Euro ganz, ganz schwer auf 1.600 Firmen aufteilen kannst und dieser dann nicht mehr vollständig machbar ist. Und genau deshalb gibt es dann noch Swap-basierend. Und Sampling, wobei sich die Welt dann streitet, ob das wirklich gut ist. Im Endeffekt ist noch nie was passiert. Auch dazu gibt es genug Informationen auf JustETF. Schritt Nummer 7. Wir brauchen ein Wertpapier-Depot bei einem Broker. Jetzt kannst du die Forenteile, die du dann zukünftig besitzt, nicht einfach so auf dein Bankkonto übertragen lassen, weil das sind technische andere Voraussetzungen. Du brauchst dafür ein spezielles Wertpapier-Depot. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst zu deiner Hausbank und fragst dann nach einem Wertpapier-Depot. Das können sie dir locker anbieten. Aufpassen nur, es muss ETFs halten können. Und rate einmal, ob das deine Hausbank wirklich kann. Bei einem passiv gemanagten Fonds. Die werden dir wahrscheinlich eher einen aktiven Anbieten. Wollte fast andrehen, sagen. Deshalb bleibt uns nur noch die einzige Möglichkeit. Du brauchst ein Wertpapier-Depot bei einem Online-Broker. Und keine Sorge, jetzt brauchen keine Alarmglocken schrillen. Ich muss mir online irgendwo ein Konto eröffnen. Ja, das musst du. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Tests. Wir sind in Österreich mit der Finanzmarktaufsicht ganz gut abgesichert. Alle diese Broker, die das online machen wollen, die großen und die wichtigen, müssen natürlich viele Regulatorien auf sich ziehen und müssen die durchführen. Deshalb, den größten, den ich dir empfehlen kann bei uns in Österreich, ist Fledex. Auch ich verwende diesen. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Du kannst dir online ein Konto eröffnen. Und es gibt auch dazu wahnsinnig viele Tests und Bewertungen, die die Stiftung Warentest und dergleichen durchführt. Also du brauchst dir da wirklich, wirklich keine Sorgen machen. Auch den Link gebe ich dir unten nochmal hin. Wir brauchen dieses Wertpapier-Depot. Du kannst das eröffnen. Und es dauert dann ein paar Wochen, bis dir die Unterlagen zugeschickt werden und bis du das Konto dann wirklich in Betrieb nehmen kannst. Denn der letzte Schritt ist dann wirklich, deinen ersten Sparplan zu aktivieren. Wenn dein Konto fertig ist, du dir die App runtergeladen hast und ich zeige dir das dann gleich da jetzt noch und du dein Konto gesichert hast und du deinen ersten Sparplan aktivieren kannst, dann kannst du das jetzt tun. Du musst jetzt dann noch den entsprechenden ETF haben. Der ist gekennzeichnet mit einer sogenannten Easy-Nummer. Der steht auch dann, wenn du den ETF gefunden hast, wirst du den sicher sehen. Den brauchst du dann nur noch eintragen, auf Sparplan aktivieren. Ganz wichtig, der Sparplan sollte nicht von deinem Cash-Konto weggehen, den das Flatex hat, sondern von deinem herkömmlichen Konto, wo dein Gehalt drauf liegt. Das kannst du dann angeben und diese Ballastschrift wird erstellt und du sparst die ersten paar Monate, wie gesagt, nur in kleinen Schritten ein paar 50 Euro, um ein Feeling zu bekommen. Das die wichtigsten Schritte. Kurz zusammengefasst, ich habe dir auch, wie gesagt, da unten noch einmal alle Informationen hingeschrieben, dass du sie dir in Ruhe noch einmal durchlesen kannst. Ab jetzt braucht es nur noch eine einzige Eigenschaft. Und das ist Geduld und ein verpflichtendes Level 10 für dich.